hallo auf unserem kanal schön dass ihr dabei seid und ich möchte heute nicht über theater stück des lebens unterhalten und vor alledem auch über schmetterlinge die nicht vom himmel fallen schmetterlinge fallen nicht vom himmel so der buchtitel von der lieben gabriele feile hallo seien sie gegrüßt ich grüße zurück hallo ja hallo ich spreche nach wir sind hier in bad philbel und sie sind gerade in ellwangen ja so heißt ihr buch schmetterlinge fallen nicht vom himmel wie ist es dazu gekommen warum wie kam sie auf den titel und worum geht es da der titel kam zu mir während ich geschrieben habe hat sich der titel plötzlich gezeigt und er ging nicht mehr weg also wurde das der buchtitel und der verlag hat zugestimmt gott sei dank und da gibt es ja noch einen untertitel der heißt wie ich den sinn des leben suchte und meine lebensaufgabe fand und das erklärt dann auch worum es geht im buch und im endeffekt ist es so dass ich wie so viele von uns das jahr 2020 sehr intensiv erlebt habe und tatsächlich wirklich wahrhaftig und auch körperlich gespürt habe wie ich aus meinem kokon geschlüpft bin in dem ich schätzungsweise zehn jahre verbracht habe und der schmetterling wurde der ich ja ich schon immer war und ich habe eben festgestellt dass ein schmetterling nicht vom himmel fällt und zwar in doppeldeutigem sinne ja also er ist nicht einfach da sondern muss durch diese ganzen phasen durchgehen von der raupe in den kokon und wird dann erst zum schmetterling und wenn er dann aber fliegt dann fällt er nicht ja sehr spannend und wir wissen es gar nicht ob der ob die raupe weiß wohin die reise geht und wir wissen es auch gar nicht ob der schmetterling sich daran noch erinnert dass es mal die raupe nimmersatt war daran erinnere ich mich immer weil man ja habe ich immer mit meinem sohn damals geguckt ja genau immer satt ja es geht also darum ich möchte es mal geht um entfaltung so kann man sagen es geht um entfaltung selbst selbstfindung nenne ich eigentlich das heißt das richtige wort also nicht unbedingt selbst verwirklichung sondern wirklich selbstfindung weil wir ja wenn wir zur welt kommen jetzt im wirklichen menschlichen sinne sind wir ja schon jemand und im laufe der jahre das haben wir alle erlebt werden wir irgendwo in schubladen gepresst wir werden normiert und so weiter und wir verlieren dieses dieses ursprüngliche sein und durch diese transformation die ich ja so schön finde mit dem schmetterling finden wir wieder zu uns zurück zu dem war nicht für wen welche zielgruppe sage ich mal so ist das ist das buch gemacht ist es eher für menschen die sage ich mal wo der raum schon sehr dunkel ist oder ist es für für jede frau und jede mann andersrum für jede frau und jeder mann also tendenziell ist auf jeden fall für menschen sage ich mal die die 40 schon überschritten haben ja oder so um diese 40 sind 40 ist ja tatsächlich ein alter wo vieles passiert also diese midlife crisis fängt bei vielen leuten um die 40 an und deswegen ist es sicherlich auch für manche jüngere eine interessant eine interessante lektüre ich würde aber schätzen dass die an vielen punkten noch sagen okay das fehlt mir noch diese dieses erlebnis also von daher tatsächlich eher zweite lebenshälfte und ja schon für menschen die sich mit vielen themen die sie selber betreffen schon auseinandergesetzt haben also wäre jetzt noch ich sag's jetzt mal so wer jetzt immer noch in diesem raupen dasein ist und sich da noch nie gedanken drüber gemacht hat der wird vermutlich etwas überfordert sein okay wie war das persönlich warum beschäftigen sie sich mit sinnfindung oder mit mit diesen sachen hat das an gab es ein auslöser für oder mehrere oder wie ist das passiert also dass ich mich mit sinnfindung beschäftige das kann ich gar nicht so genau sagen das ist einfach teil meines lebens ich reflektiere gerne wenn man das sagen kann und diese selbstreflektion ist eben großer teil davon also ohne ohne dieses spiegelblick funktioniert es nicht und ich habe schon tendenziell immer mich sehr gerne mit meinem innenleben beschäftigt vielleicht kommt es daher dass ich trotz meiner gesprächigkeit eine introvertierte persönlichkeit bin also die einfach viele sachen in verbindung mit sich selber bringt und da auch sachen die ich erlebe dinge und dann verarbeite ich die von daher war das irgendwo ganz logisch ja und dann das können bestimmt viele auch nachvollziehen wenn dann einfach das leben eine immer wieder neue herausforderungen bietet und so brüche auftreten also heutzutage ist ja so ein bruch ganz oft burnout zum beispiel das betrifft viele menschen krankheiten und so weiter und auch solche sachen sind mir natürlich passiert und dann fragt man sich oder ich habe mich gefragt okay wofür war das jetzt wieder gut und so ergibt sich das und das ist halt dieses faszinierende wenn man dann mal angefangen hat damit dann kann man man kann nicht aufhören also es ist es ist wirklich so vermutlich geht es der raupe auch so die frisst ja und frisst und frisst und frisst und frisst und dann geht es in diesen kokon und da wird dir dann aus dieser raupe der schmetterling und es ist ganz ganz schwierig diesen prozess zu unterbrechen wenn man diesen schwung hat ja und aus dem grund kann ich gar nicht genau sagen was der hauptauslöser war aber für diese ich weiß mittlerweile was der auslöser war für meine dass ich mich in den kokon zurückgezogen habe das habe ich rausgefunden im laufe des schreibens und es war wirklich ein erlebnis das hatte ich in dubai ich habe in dubai gelebt eine zeit lang und da war ich bei einer veranstaltung das war tedx dubai tedx ist bestimmt vielen menschen begriff also technology entertainment und design das sind diese großen veranstaltungen die es gibt wo eben inspiration verteilt wird oder ideen die es wert sind geteilt zu werden so ist eigentlich der slogan und in dubai hat eben diese diese ableger tedx stattgefunden zum ersten mal und und dort war auch war plötzlich diese ganze diese ganzen menschen die da gesprochen haben wieder um mich rum waren haben mich einfach so beeindruckt und habe gedacht ich habe dann mir ist klar geworden ich habe eigentlich bisher irgendwie mein leben so bisschen wie soll ich sagen unbewusst gelebt und dann habe ich gekündigt und habe dann eben bestimmte dinge gemacht bin bin woanders hin und im nachhinein ist mir klar geworden dass das der schritt war der mich dann in diesen kokon gebracht hat und im kokon hat dann eben die so genannte vorbereitung vorbereitende heilung nenne ich es eigentlich oder heilende vorbereitung begonnen wo dann diese ganzen themen die aus der vergangenheit da waren halt aufgelöst wurden sie haben da also irgendwann eine entscheidung getroffen also durch diese 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 inspirations inspiration ja jetzt haben ja auch ganz viele menschen irgendwie immer so eine eingebaute handbremse in sich weil wir bestehen ja wie wir wissen aus mustern und prägungen und weiter und jeder ist ja ist ja unterschiedlich also wie ich persönlich habe so die erfahrung gemacht eines von diesen meist verbreiteten prägungen sind ist ja ich bin ich gut genug für das hält das hält ganz schön auf also unser selbstwert wertgefühl wie kann die wie kann man denn daraus gegebenenfalls wenn man das hat und sich dann nicht raustraut dann trotzdem zum schmetterling werden das war jetzt eine schwere frage das ist eine extrem schwere frage und genau wie sie es gesagt haben wir sind ja alle unterschiedlich und es wäre schön wenn es da so einen plan gäbe und dann sagen wir so liest diese zehn punkte und folge denen und dann wirst du zum schmetterling das glaubt leider nicht also ich habe da auch kein geheimen rezept ich sage aber was ich vorhin schon kurz angedeutet habe wenn man sich in kleinen schritten traut mal zu sagen okay jetzt ich bin vielleicht und ich glaube ich bin ich gut genug aber ich traue mich jetzt meine kleinigkeit und ich merke dann auch das hat ja gereicht die leute glauben eben nicht dasselbe wie ich sondern sie finden das gut was ich mache dann traut man sich auch im nächsten schritt vielleicht einen größeren sprung zu machen ja und so geht es einfach nach und nach wie so ein kleiner domino effekt und natürlich ist es so dass das jede person für sich erst mal beginnen muss selber also es wird es klappt nicht dass jemand anders sagt komm ich nehme dich mit das funktioniert leider nicht also man braucht ein bisschen mut und der wird dann immer größer je weiter man kommt und helfen tut natürlich wenn man so gleichgesinnte findet also menschen die einen da auch unterstützen so weggefährten dass das passiert uns ja allen dass jemand auftaucht und die person sagt vielleicht einen satz und man sagt oh wow großartig ja daran kann ich mich jetzt weiter haben und so ging es mir eben bei dieser veranstaltung oder so leute standen die haben alle von ihrer leidenschaft gesprochen und so und das hat dann das hat dann was ausgelöst und ich denke dass wir so ein bisschen die sensibilität dafür brauchen und es auch wahrzunehmen ja und nicht zu sagen okay jetzt war ich bei einer veranstaltung abgehakt next ja sondern wirklich auch reflektieren dieses reflektieren und zu fragen und dann gibt es ganz viele methoden um solche glaubenssätze dann aufzulösen da möchte ich gar nicht mich für eine aussprechen weil da hat jede und jeder dann so so irren oder sein sein weg der sich am besten eignet ja ja sie haben das eben schön gesagt bei ihnen war das ja auch diese fette inspiration sag ich mal so und da war die neugierde auf diese und die kreativität auf einmal größer als die angst und das dann fangen wir ja an uns zu entwickeln das war ja damals sie erinnern sich als wir noch in der höhle gelebt haben war die neugierde für den größer raus zu gehen und größer als die angst und dann hat das manche haben es dann doch nicht geschafft haben die keule von irgendjemand auf den kopf bekommen ja anderen drin haben es gesehen haben gesagt oder gehe ich lieber nicht raus es gab immer ein der der war neugieriger und das ist ja menschen glaube ich so fest verankert diesen unbändigen willen zu uns zu entwickeln ja genau genau und dieses entwickeln kann man ja unterschiedlich interpretieren und für mich ist halt entwickeln also ich genau entwickel wirklich das ja und nicht dieses ich muss noch mehr noch mehr noch mehr haben sondern es geht wirklich darum diese schichten loszuwerden das finde ich ein schönes bild was was sie gesagt haben sie sind ja eigentlich total introvertiert wie man merkt sie sind aber auch als botschafterin unterwegs ich recherchiert habe ist das für sie auch so ein bisschen eigenverarbeitung therapeutisch gesehen oder oder möchten sie ganz grundsätzlich bewirken wow sie stehen echt super fragen das mit diesem introvertiert sein ist tatsächlich auch mir erst klar geworden während ich dieses buch geschrieben habe und ich habe einfach gemerkt das hängt mit dem energiehaushalt zusammen also ich kann sehr gut mit menschen ich bin auch gerne mit menschen zusammen aber ich brauche danach wieder sehr viel zeit um zu regenerieren das ist eigentlich so wie sich bei mir introvertiertheit zeigt also ich bin nicht diese diese person die jetzt sich nicht traut auf andere zuzugehen da das wurde einfach mir auch ein bisschen beigebracht in meiner kindheit so wie ich aufgewachsen bin so ein gast da lernt man das da musste wenn alle um einen rum so offen sind dann dann will man dazugehören geld dann versucht man natürlich auch so zu sein es ist auch ein teil thema im buch das muss ich kurz überlegen genau diese botschafterin es ist so dass durch dieses starke reflektieren und diese gabe die ich habe ich habe so eine gabe ich kann so ich schaue sehr sehr stark von oben auf die dinge als ich kann große zusammenhänge wahrnehmen das heißt für mich sind es einfach dinge die die müssen raus ich möchte die formulieren möchte die in die welt tragen unabhängig jetzt erstmal davon wie viele menschen das hören oder sehen oder lesen aber ich es muss raus aus mir also es ist so so wie so eine art druck oder oder in der verpflichtung und aus dem grund mache ich das gerne ob ich jetzt schreibe ob ich es in die kamera spreche oder ob ich im songtext schreibe mache ich auch hin und wieder das ist einfach für mich eine form von kreativität die mir gut tut und wo ich einfach merke da bin ich ich da kann ich einfach meine meine aufgabe erfüllen die ich habe hier auf dieser welt und darum geht es ja ja wir haben ja alle aufgabe und die muss nicht immer bedeuten ich muss eine stiftung gründen und dann ganz afrika mit wasser versorgen als beispiel diese aufgabe haben menschen das ist okay aber nicht alle von uns müssen in dieser dimension unterwegs sein sondern jede kleine aufgabe ist wichtig weil das zusammen das zusammenspiel ja nachher wichtig ist ja ja spannend ja also es ist beides also erst für sich selber aber dann trotzdem möchte ich was bewirken damit ne und und sie haben auch diese diese ständige ständige auch entfaltet es ist ja auch eine immer wieder wieder wertiger wieder wertig würde ich gerade sagen also eine immer wiederkehrende entfaltung dann auch wenn man es für sich macht und dann trotzdem etwas ausgibt genau genau jetzt sind wir ja beide ein bisschen in den in der ecke unterwegs persönlichkeitsentwicklung potenzial also ich nenne das gerne potenzial entfaltung bewusstsein erweitert und jetzt gibt es natürlich viele menschen ja die möchten das machen und dann verändern sie sich ja dann stimmt aber das umfeld nicht mehr so auf einmal mit 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 denen und dann gehen sie einen schritt weiter passiert das sehr häufig dass die leute eigentlich die machen einen schritt nach vorne gehen so auf und dann sagt der partner oder die leute drumherum ja kommen wir wieder auf dem boden da wo du hingehörst sozusagen ja ja dann fallen sie wieder sozusagen erst mal zurück und ja viele bleiben bleiben hängen was sagt denn der schmetterling dazu was was kann man denn da tun ja das ist ja das faszinierende der schmetterling das wissen wir tatsächlich denkt nicht mehr darüber nach wie als raupe war das ist wissenschaftlich weiß ich nicht aber es ist tatsächlich so ich kenne das natürlich das ist so dieses bei mir war das immer so dieses gefühl als ob jemand mir so fesseln anlegt ja und und dass ich immer wenn ich fliegen wollte war irgendjemand der gesagt hat nee bleib bei uns wir wollen dass du so bist wie wir weil das bedeutet dass wir richtig sind ja das ist ja so dieses er wenn alle anderen das machen dann dann muss jeder wir müssen alle so machen wie es also wir müssen normal sein ist ja auch nicht böse gemeint von der ist hat ja auch zwischen logischen die haben ja auch diese menschen die ein fest und haben angst dass sie ja verlassen werden das absolut dass sie dass sie verlassen werden genau dass sie verlassen werden und natürlich auch dass es eventuell bedeuten kann okay vielleicht habe ich ja auch eine andere möglichkeit in meinem leben und das ist wieder diese angst vor veränderung und 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 loslassen ist natürlich ein riesenthema ja was natürlich ein schmetterling muss weil du kannst nicht fliegen wenn du den ganzen ballast mit ihr umschleppst das geht einfach nicht ja so und ja das ist total schwierig wie macht man das in der regel und das ist das was ich vorhin schon kurz angedeutet habe es gibt auch diese anderen menschen die einen eben beflügeln ja und wenn man wenn man die tür auf macht dann zeigen sich die auch und die können ja parallel zu den anderen da sein man muss ja jetzt nicht alles abbrechen und sagen ich lasse mich scheiden ich ziehe um das kann man machen ja also ich bin öfters geflohen bei mir ich bin da so eine extreme aber das heißt nicht dass es alle tun müssen aber man kann einfach sich neue menschen neue kontakte suchen und heute ist es ja fast heute ist es ja echt leicht weil man ja online unglaublich viel zugang hat geld zu meetings oder zu treffen die man ja vorher nicht ja also als ich hier bin ja wieder da wo ich aufgewachsen bin und da gab es ja früher das sowieso alles nicht und ich hatte ein bisschen bedenken als ich jetzt zurückgekommen bin kann ich noch mit meinen ganzen interessanten leuten kontakt halten aber ja das geht ja also auch dass wir uns jetzt hier unterhalten ich meine das wäre früher nicht gegangen ohne ohne so technologie die wir jetzt haben deswegen ist einfach meine empfehlung da auch so ein bisschen die scheuklappen zu öffnen und mal zu schauen was gibt es denn für andere kreise den ich mich temporär anschließen kann ich muss ja nicht wie gesagt gleich eine kommune finden und da einziehen aber ich kann ich kann einfach mir hin und wieder mal neue impulse holen oder zu anderen veranstaltungen gehen und dann finde ich wirkt es schon sehr hilfreich und klar das will ich jetzt ehrlicherweise auch sagen das kann natürlich passieren dass dann die lücke noch größer wird geld zu den leuten die man so hat das ist einfach dieses risiko darf man eingehen ja das ist die 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 eigene frage es passiert halt häufiger auch in der familie dann oder auch im freundeskreis oder so dass ich dann halt so weit entfernt geistig dass man sagt man sich dann auch auch örtlich entfernt es gibt da so ein spruch der heißt wenn du wenn du der klassenbeste beste bist wechselte die klasse in ein drüber damit sonst 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 fällt ja also ja genau was natürlich wenn man sich dann normal darüber unterhält immer negativ eher gesehen wird wenn man sowas sagt ja weil wir ja nicht gelernt haben uns selber als der oder die beste zu bezeichnen geld ist sowieso ja um gott zu fällen schon wieder ein problem ja genau genau dieses selbstlob und so das sollen wir ja nicht aber das kann man ja für sich entscheiden man kann ja sagen mensch ich komme hier nicht weiter ich fühle einfach dass ich hier nicht nichts lerne ja und man lernt ja eher von leuten die mehr wissen als man selber ja das ist das ist richtig ja ja was was kommt denn eigentlich nach dem schmetterling also ich meine jetzt haben das buch schmetterling ist jetzt draußen gibt es dann noch einen einen zweiten teil eine steigerung geben oder wo geht wo geht die reise hin also vom schmetterling wird es vermutlich keinen zweiten teil geben es gibt halt nur mal nur den schmetterling der entwickelt sich ja dann nicht mehr in eine neue form der schmetterling und das ist halt das wo glaube ich viele auch angst davor haben könnten dass man das fühlt sich so an als ob dann nichts mehr passiert ja weil man ist dann ja durch also ich sage ja immer wenn man sich vollkommen selbst gefunden hat dann dann lebt man und das heißt das ist aber nicht so als es passieren immer noch dinge also ich habe immer noch herausforderungen im leben nur das möchte ich einfach allen sagen das ist viel leichter die zu lösen also durch diesen ganzen ballast der nicht mehr da ist ist ich weiß okay jetzt kommt wieder dieses thema und es geht viel schneller weil ich sage okay super jetzt mache ich das so und so und zack ist es aus der welt und dann kommt das nächste und wir kriegen immer wieder noch anspruchsvollere aufgaben das macht es interessant also von daher werde ich sicherlich an diesen schmetterlings an dieses schmetterlings buch keine nachfolge anfügen aber ich werde weiterhin schreiben ich sage aber ganz ehrlich ich brauche jetzt ein bisserl pause also weil dieses buch schreiben und dieses buch entwickeln das wissen alle die schon mal gemacht haben also das habe ich mir nicht ganz so anstrengend intensiv vorgestellt ganz ehrlich ja deswegen brauche ich da jetzt auch so ein bisschen abstand und brauche muss auch wieder die inspiration sammeln aber die themen sind schon da also ich weiß schon worüber ich schreiben will aber es ist auch nicht das einzige was sie geschrieben haben ich habe natürlich recherchiert und haben auch e minus 6 geschrieben ich nenne die selber essays ich weiß nicht ist das wirklich so wie ein klassisches literarisches essay oder haben sie das nur so genannt also sind einzelne werke sage ich mal so mit einzelnen themen genau einzelne themen genau und ich habe sie deswegen ich sei es genannt weil es eben als ebook da ist ja und weil ich gerne so ein bisschen ich will immer gerne so ein bisschen aus der reihe tanzen das gehört auch zu mir und das sind einfach themen wo ich gemerkt habe okay da habe ich in irgendeiner form eine expertise und ich wollte das zusammenfassen weil ich bin sage ich auch ehrlich ich bin keine die sich auf ein thema fixieren kann und dann da eintauchen das bin ich nicht ich mich interessiert sehr viel und also habe ich zusammengefasst und habe immer persönliche erlebnisse mit eingebaut da geht es einmal ums führen einmal geht es um selbstorganisationen unternehmen weil ich selber das versucht habe mit dem startup und bin gescheitert und habe einfach gesagt okay warum sind wir da eigentlich gescheitert warum haben wir das nicht hinbekommen obwohl wir es doch alle wollen wir wollen doch also wir wollten alle hierarchie frei und so weiter und es ging nicht und das das waren so die ersten sachen die ich damals ja 2020 dann einfach zusammengefasst habe gesagt habe so das bringe ich jetzt raus ja mache ich jetzt selber und ja ein essai ist ja da ist man ja sehr frei wie man es sehr schreiben kann ja deswegen hat mir das hat mir das sehr hat mich das ja angesprochen das in der form zu machen ohne dass ich da jemanden fragen muss wie ich es denn jetzt aufbau und wie ich es mache und so ist es entstanden genau da kann man machen eigentlich heißt das glaube ich sogar ist ein versuch genau es ist übersetzt ein versuch und deswegen kann man auch also kann man auch seine meinung und so reinbringen genau das ist ja auf jeden fall gut aber sie sind es nicht am schreiben gewesen oder am schreiben und sondern sie sind natürlich auch am sprechen und am aktiv sein ich habe schon gesagt sie sind eine in der tat wirklich eine botschafterin und ja und da kann man sie auch buchen als botschafterin wenn ich das richtig verstehen verstanden habe und zwar als unternehmen als institution oder whatever und und welche botschaft geben geben sie die botschaft weiter oder verschiedene themen oder also ich bin ganz ehrlich ich bin ganz ehrlich das ist jetzt kein bereich im aktuellen meinem leben der jetzt floriert weil ich mit meinen botschaften tatsächlich meistens so ein bisschen voraus bin ja also ich das ist so gehört auch zu meinem leben dazu wo ich sage die themen die ich da in die welt bringe sind oft noch nicht die themen die gerade sich im mainstream befinden ja und dadurch ich mag das ist gut genau ich finde es auch sehr gut das bedeutet aber im umkehrschluss dass natürlich ich sage jetzt mal ein beispiel das thema new work habe ich schon vor vielen jahren intensiv ja wie soll ich sagen bearbeitet vielleicht und habe mich auch wirklich habe auch direkten kontakt zu zu zum zu friedrich bergmann an seinem team gehabt und so weiter und für mich war das irgendwie klar weil ich das aussehen muss habe das auch stark bei mir in fokus gesetzt und damals waren die leute aber noch nicht so weit jetzt ist new work in aller munde aber die haben das komplett ist es wurde komplett um gewidmet sage ich jetzt mal weil weil die leute was anderes darunter verstehen und dann ist es halt schwierig wenn ich daherkomme und sage ja aber wisst ihr nicht dass eigentlich new work bedeutet wir arbeiten nur noch ein drittel als im angestellten dasein ein drittel ist selbstversorgung und ein drittel heißt eben wir entwickeln uns ja und das sind so dinge wo ich tatsächlich immer meine grenzen stoße da bin ich ganz ehrlich das ist ja oft schwierig deswegen sage ich das auch ganz offen aber sie eröffnen ihren debattenraum damit auch oder absolut absolut also ich würde mich sehr freuen wenn dieser bereich tatsächlich auch anfängt sich zu entwickeln weil ich bin bereit dafür und es wäre ganz toll deswegen danke dass sie das auch ansprechen das ist tatsächlich aktuell nicht mein fokus ich habe ja bin ja mit der schmetterlings frequenz die hier entdeckt habe schwerpunktmäßig aktuell unterwegs und da bin ich eben eher die jenige die für menschen dann also sachen anbieter sind nicht für unternehmen sondern wirklich für menschen wo die menschen dann mit mir eben hauptsächlich online in online kursen dann auf dem weg zum schmetterling sich bewegen können da habe ich jetzt vor ich mache jetzt im sommer kleine kleine auszeit im kloster und dann werde ich hoffentlich den richtigen input kriegen und dann ab september einfach da ein ein programm zu haben wo ich sage ja das passt jetzt auch für die menschen die sag ich mal in ihrem kokon schon sind und einfach diese diesen mut noch brauchen raus zu gehen ja das ist eigentlich momentan sehr schön ich möchte das wort auch noch mal sagen schmetterlings frequenz vielleicht ist das für den algorithmus gut genau möchte aber ganz kurz bei der botschafterin dann noch bleiben finde ich gut kann man ja vielleicht irgendwas aufmachen unter dem motto zukunft neu denken oder ähnliches wenn sie sagen sie haben die erfahrung gemacht sie waren immer schon da und die anderen waren noch in der höhle das übertreibt jetzt ein bisschen ja da kann man natürlich auch ein paar themen aufmachen so finde ich finde ich auf jeden fall sehr gerade in der heutigen zeit muss ich das noch mal sagen wo wir gerne wurde auch der menschen gerne einfach wirren narrativen hinterher rennt nicht das auf jeden fall sehr 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 spannend ja absolut also ich bin da auch davon überzeugt dass wir das brauchen wie sie sagen gerade jetzt ja wo einfach die welt auch in so einem status ist der uns auch alle irgendwie überfordert die jeden und jede von uns anders natürlich ja je nachdem wo wir stehen aber es ist schon eine komplexe welt und ein unglaublicher druck und ich habe auch den eindruck dass es nachdem die pandemie dann irgendwann zu ende war fast noch stärker geworden ist vom druck her als es vorher war das ist also das tempo ist noch höher ist so mein eindruck ja was vielleicht daran liegt dass wir vorher nicht genug gemacht haben in den verschiedensten bereichen oder so er ja das warum weshalb wieso werden wir sowieso nur eines tages im rückblick wieder im schaue ja genau gehen können dass es richtig ist die zeit die zeitqualität hat sich verändert die wahrnehmung haben sich verändert die werte verändern sich gerade und menschen sind auch natürlich der eine teil sehr orientierungslos und dann herrscht noch ganz viel die angst und diese verschiedenen ängste vertragen sich ja nicht so miteinander deswegen können die auch nicht so gut miteinander debattieren die menschen also das ist ganz weit verbreitet ja und jeder weiß gar nicht so ja was ist denn jetzt was soll ich denn kaufe ich mein diesel oder nicht ja ja genau ja es ist ja es ist ganz spannend ja es ist spannend weil es auch mit verantwortung zu tun hat einerseits wollen die menschen natürlich frei entscheiden können was ja auch gut ist das ist auch richtig gleichzeitig heißt es aber auch da kommt eine verantwortung damit also je nachdem wie ich mich entscheide muss ich die verantwortung zu vertragen und da glaube ich habe hat es dann häufig ja weil wir das auch nicht gelernt haben so wirklich ja für meine entscheidung verantwortung zu übernehmen ja und die gräben sind halt auch gerade groß weil die spaltung ist ja gerade groß ob das kann auch gewollt sein darauf wollen wir jetzt nicht eingehen aber der unterschied ich unterhalte mich ja mit ganz vielen menschen sie sie haben glücklicherweise gesagt ab 40 bis da ist meine zielgruppe das ist ja noch einfacher aber wenn sie jetzt mal zurückgehen ja die neuen generationen die das ist ja die haben ja ganz andere werte auf einmal je nachdem in welcher bubble in welcher blase sie gerade unterwegs sind also es ist sehr sehr breit und sehr komplex wie sie gesagt haben und ja gibt viel zu tun für schmetterlinge auf jeden fall absolut und das ist das ist eigentlich auch der grund warum wir unbedingt mehr schmetterlinge brauchen weil der moment in dem moment wo die menschen bei sich ankommen sind sie ja in ihrer kraft und können eben das tun wofür sie hier sind also jetzt mal wirklich philosophisch gesprochen und dann gibt sich dann kommt diese balance kommen wir dieser balance näher ich habe ich kann jetzt nicht sagen wann die welt in balance sein wird aber meine vision ist eine welt in balance und visionen müssen ja größenwahnsinnig sein und deswegen brauchen wir einfach mehr damit von damit diese menschen die die einfach auch in sich ruhen können und nicht so irritiert sind und so unschlüssig die brauchen wir einfach weil die natürlich auch als vorbilder dienen ja und denen können andere auch wieder folgen das ist wirklich wichtig und da geht es nicht um politische führung oder so es geht einfach um vorbilder im täglichen leben sage ich jetzt mal ja und man sagt hey wir können es auch anders machen und wir brauchen diesen stress nicht also diese drame die wir häufig selber machen die sind als auf der schmetterlingsfrequenz ich will nicht sagen gar nicht vorhanden aber sie 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 gehen sehr schnell vorüber ja also das ist immer und kurz kommen kurz und dann sagt okay gut alles klar was machen wir jetzt fange ich jetzt anders rüber nicht aufzuregen mich reinzusteigern oder sage ich alles klar so ist es und wie kann ich jetzt einfach trotzdem weiter fliegen weil ich habe ja als schmetterling nur die aufgabe blüten zu bestäuben sage ich jetzt mal ja also und ich fliege von blume zu blume und bei dem fliegen bin ich eigentlich auch dabei einfach meine aufgabe zu erfüllen und das deswegen ist es wirklich eine zeit wo es wichtig ist dass wir mehr menschen und dass mehr menschen zu sich stehen auch ich glaube darum geht also auch sich selber erstmal annehmen und sagen so so bin ich und ich bin vielleicht anders wie er aber wir sind ja alle anders wie die anderen wir können es wir können es auch nur durch das innen machen weil das ergebnis ist ja die außenwelt das ist ja das ergebnis von alledem und deswegen ist es ja so wichtig dass wir jeder einzelne für sich selber und das haben sie ja schon erklärt und das schmetterling der schmetterling ist ja auch dafür gut geeignet weil er fliegt und er fliegt auch relativ hoch und und dann betrachtet man die welt ja auch anders von einer höhe also ich sage das beispiel ich ziehe mich jetzt mal hoch und dann sehe ich ja von oben ach schau mal hier ever und flut passiert gleichzeitig dieses pendel ist eigentlich ist eigentlich diese emotionen da und da eigentlich es ist nicht so das ist anders ist wenn man es von oben betrachtet und dafür ist diese flug perspektive halt sehr sehr wichtig und das kann ja 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 schmetterling frequenz sehr sehr spannend sehr sehr interessant wir verlinken bei ihrer internetseite da können die leute noch schauen was sie so warum weshalb sie was sie treiben und ja vielleicht ist das für den ein oder anderen ja interessant machen sie auch so lesungen sieht man sie da irgendwo da machen sie so oder ja alles in wirklich form ich bin nein ich möchte bin tatsächlich auch momentan dabei unterschiedliche lesungen zu planen die nächste die jetzt ist erst im oktober da bin ich in gilching das ist in der nähe von münchen das war mein früherer wohnsitz da bin ich im rahmen der kunst und kultur woche dort das buch habe ich dort angefangen zu schreiben und gilching war auch der platz wo mein kokoh hing also da war ich die ganze zeit im kokoh und habe alles erlebt was ich gebraucht habe um zum schmetterling zu werden also alle die im raum münchen sind die kennen auch gilching das liegt im kreis staunberg und da werde ich am 17 oktober live lesen im rathaus saal also in einem in einer großen umgebung und ja bis dahin werde ich vielleicht noch online lesungen machen oder auch live lesungen das ergibt sich so also das habe ich auch gelernt dass man nicht alles planen kann sondern dass sich die sachen ergeben wer weiß was jetzt nach unserem gespräch passiert also falls jemand interesse hat an einer lesung zu dem thema jederzeit gerne bei mir melden und ich freue mich wirklich immer über kontakte und über den austausch auch und finde auch dass wir online viel machen können aber natürlich auch vor ort sehr sehr spannend sehr interessant bedanke ich mich ganz recht herzlich für das in sehr interessante gespräch und wir haben die schmetterlinge mal wieder dahin gerückt wo sie hingehören schön weit und ja und gerne auch mal bei weiteren aktionen gerne auch wieder ein weiteres gespräch hat mir spaß vielen dank danke danke ihnen